Hallo, hier ist Nick, euer Taktik-Typ, und ich bin hier nicht alleine. Man hat da schon was gesehen. Hallo, hallo. Wo bist du? Komm raus, versteck dich doch nicht. Du brauchst nicht schüchtern sein. Hallo. Der Rote. Der Rote mit dem Namen Niemann ist auch mit dabei. Auf jeden Fall. Schön, auf YouTube zu sein ist schon prima, ne? Auf jeden Fall, hier ist das neueste Update, nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin. Dann hier auf dem leeren Platz ist eine Treppe entstanden. Diese Treppe führt hoch zu einer Burg, die ich angefangen habe, und weil ich einfach Lust hatte... Ach, das warst du. Ganz viele Level... Hast du die Burg gebaut? Ja. Oh. Aber, ja, klar, ich habe angefangen zu bauen. Ich wollte die Schiechen voll haten. Ey, woher kommen die ganzen Monster hier auf einmal? Das ist nicht richtig ausgeleuchtet. Ah, scheiße. Kack, Spinne. Nun ist das mal gestorben, ich klaue den Diamanten. Auf jeden Fall habe ich hier alles noch mit Bäumen zugespampt. Ey, nee, ich habe voll Schiechen und verpackt ein bisschen und alles. Lass mich nicht mehr reden. Level. Ah, ja, ja. Da. Oh, da ist ein Enderman. Den könnte man töten, um er in eine Enderperte bekommen. Das vielleicht hat einfach mein Schwert geklaut. Ich habe kein Schwert geklaut. Also wer? Das Gelett. Ah, bitter. Und da ist er wieder. Ich will BVP. Ähm, dann, ja. Die Kaktus-Farm ist noch größer geworden. Wir haben Neter-Watzen. Überragende Neter-Watzen. Dann noch ein bisschen mehr Weizen. Ach, meine Güte. Das ist die Gute. Das vielleicht hat immer noch mein Schwert. Und der Penis ist in die Luft geflogen. Da hinten, das war die Enderman-Farm. Es gab eine Enderman-Farm. Ich habe eine Enderman-Farm gebaut. Aber das spawnt halt pro Nacht nur einen Enderman. Ey, da oben ist ein Enderman. Ich würde den mal töten, wenn du die Ender-Challenge da... Ja, ich will ihn aber nicht machen. Ich habe hier nicht mein Schwert. Oh. Lauf weg. Äh, nein, er ist runtergefallen. Oh mein Gott. Ich brauche feile. Ey, dass Enderman echt so schlecht sind, einfach runterfallen. Und zwar. Dann Matteo hat da eine kleine Hütte gebaut. Ja. Und sonst? Soll ich mal ein Dias-Schwert ausprobieren? Das kann... Ey, ich verstehe das nicht. Hier hinten fängst du mir anzulegen. Dann hier. Oha. Da ist er echt. Krass. Auf jeden Fall hier ist das Café von Nassavani und Tinti Bill. Und... Ja, ist sonst noch was passiert? Ja, eigentlich schon eine Menge. Also ja, genau. Ich habe halt die ganzen Challenges gemacht. Und vorhin... Habe ich mir noch ein unheimliches Wettrennen mit einem Dorfbewohner abgeliefert... Ne, mit einem Zombie abgeliefert. Und dann kam der Dorfbewohner dabei raus. Aber... Ist halt behindert. Viertens Maragde, um den nächsten Handel freizuschalten, geht natürlich besser. Geht echt besser. Und das war's dann erstmal. Und bei der nächsten Folge, da zeige ich dann... Da zeige ich... Wo dieser Weg entführt. Welcher Weg? Der Weg. Der lange steinige Weg. Der Weg. Der Weg bis ins Nichts. Okay, und tschüss. Tschüss.